Wollen wir uns hier oben raufsetzen und Bierdeckelchen machen? Wir brauchen jetzt eine Choreografie. Ich weiß, das ist nicht so leicht. Und ich müsste von euch einmal vielleicht euch fragen, ob ihr euch so wie ich auch jetzt hier hinsetzt. Aber das... Aber... Was denn? Das hört so? Nein, jetzt machen wir eine Choreografie. Wir kriegen einen kleinen Trommelwirbel. Und dann zum Rumpf? Genau. Drei, zwei, eins und... Hast du ja echt nicht geschafft, ne? Ich wollte die Lampe hier nicht umschmeißen. Du bist doch eigentlich ganz... Ich saß schon halb auf der Lampe drauf. Das hätt sich vielleicht schöner gefühlt. Jetzt wirst du es nie erfahren. Nein, werd ich nicht. Okay, was lästern eure Frauen miteinander über euch? Das würd ich auch gern mal wissen. Den hab ich geschrieben. Nein, den Mann ist mir nicht. Ich darf nicht die Herrschaft aus der Hand geben, das ist nicht gut. Seid eigentlich ihr oder die Shantys die älteste Boyband der Welt? Die Shantys! Hey! Könnt ihr euch das vorstellen im Alter so als Rap-Shanty? Vielleicht gibt's dann Rap-Shanty. Also ich kann mir das im Alter besser vorstellen als das, was wir machen. Wer von euch hat eigentlich die tollsten weiblichen Fans? Oder... Thomas! Oder finden wir euch wirklich? Also wir sind ja nicht die Fans. Wir können das nicht beurteilen. Wir können das nicht beurteilen. Wir kriegen sehr wenige Liebesbriefe. Wirklich? Ja, und wir haben auch keine Marketingleute, die hinterher rausgehen und Fragebögen ausfüllen lassen, wer von wem ein Fan ist. Keine Ahnung. Was glaubt ihr, wer von euch am ältesten wird? Ich weiß, wer am ältesten wirkt. Ja, aber redet ihr nicht manchmal drüber, was ihr glaubt, wer zuerst den Löffel abgibt und wo man sagt, hier der Thomas D. ohne Fleisch und so, der wird 100... Ich habe schon immer Scherze, vor allem jeder vierte stück hier an Krebs. Wahrscheinlich wird der Thomas am längsten leben, weil er sich am... Das stimmt überhaupt nicht, der ernährt sich zwar ohne Fleisch, aber so ungesund, wie man sich, wie Thomas, also wie man sich ohne Fleisch so ungesund ernähren kann wie Thomas, das muss man erst mal kriegen. Was macht der denn ohne Fleisch aber dann? Nur so Tofu-Ersatzprodukte und Nudeln und Nudeln mit Pesto aus der Dose. Wer von euch wurde am häufigsten verlassen? Also ich würde noch einmal verlassen. Ist das doch alles, dass du überhaupt mal verlassen wurdest? Naja, ist doch der schöne Michi. Ja, schön vielleicht, aber innen drin, das sieht es ganz, ganz finster aus. Besucht ihr euren Thomas manchmal auf seinem Bauernhof und wie ist es? Kein Bauernhof, es ist kein Bauernhof. Okay, aber wir wollen ja nicht über Thomas reden. Ja, wir besuchen ihn manchmal auf dem Hof, das stimmt. Sehr schön. Glaubt ihr an... Wir arbeiten da auch. Glaubt ihr an Außerirdische? Nein. Doch. Sag mal, kann mir ein... Ja? Was, du glaubst ein Außerirdische? Ach komm. Na ja, okay, pass auf. Ja, mach. Jetzt so, jetzt geht es erstmal wieder nicht. Nicht an kleine grüne Männchen vielleicht nicht, aber... Ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass wir diesen großen, unendlichen, weiten, der Mensch die einzige, oder auf der Erde die einzige Lebensform. Ich liebe Instagram. Wo muss man denn drauf gucken? Vorne da auf den Runden. Ach so, wo hast du denn jetzt gedrückt? Muss man nicht immer vorne auf dem drücken? Jetzt mal mit den Shandys. Danke schön. Entschuldigung. Jetzt kommt gleich was wieder auf den einzelnen Internet. Nächste Frage. Nein. Punk ist tot. Wann ist der Hip-Hop dran? Das fragen wir uns auch schon seit 20 Jahren. Wer guckt öfter in den Spiegel? Oder wer öfter aufs iPhone? Oh, das ist eine gute Frage. Hammer. Bist du eitel? Also eitler als Smudo. Das ist eine Frechheit. Das stimmt doch. Du rappst doch sogar. Wie bitte? Nicht eitel oder so. Jaja, das ist doch aber nur mein alter Ego. Smudo auf der Bühne. Außerdem bin ich in letzter Zeit etwas eitler geworden als damals. Warum? Das hängt auch mit dem zu dem Alter zusammen. Was würdet ihr niemals zusammen machen? Schon klar. Wann hat Smudo... Ich wusste nur, wie der Mund anfing sich zu bewegen und nach Formulierungen... Aber was denn? Nein, ist schon klar. Könntest du nachher drüber sprechen. Wann hat Smudo dir das letzte Mal... Eingeblasen. Was gekocht Michi? Steht hier. Was gekocht Michi? Das letzte Mal ist eine Weile her. Ich dachte, als wir in Hannover platziert hatten. Zu lang. Weil Smudo kocht sehr gut. Michi, was ist dein Fetisch? Äh... Weiß ich. Weiß ich. Keine Ahnung. Ich hab keinen Fetisch. Ich hab keinen Fetisch. Ich glaube, ich hab echt keinen Fetisch. Aber seinen Fetisch erzählt man doch wirklich auch nicht vor der Kamera. Wenn ich einen hätte, würde ich ihn wahrscheinlich nicht erzählen. Erzähl doch lieber was von einem Teetisch. Das ist Marmor. Tut ihr was gegen Haarausfall? Du musst es ja nicht machen. Machst du was gegen Haarausfall? Nein. Offensichtlich nicht. beaut des Wasserfalle. Naаетft bodfaata. andeftrae. Vielen Dank.